Hallo Freunde hier ist wieder euch Nigami und wir machen jetzt ein wieder ein Let's Play Wolf Team Dominique every enemy in this sector und äh ja stell ich mal vor ja ähm ich bin der Flohr von Neuer Europäer und ja jetzt auch mal ein bisschen wir müssen gerade bis dahinter ich dachte mir so unterhören nee Z2 ist immer blöd also wo sind denn die? Fabian ja Alter bin nicht schlecht wo sind die? wo sind die? warte ich hör was ja ich geballert hm hm was sind denn die? ja ich hab nicht oh der ist hier ja super einer ist hier Zeppelin drin ja noch einer na scheiße der hat mich gerade umgebracht in Zeppelin also in der Mitte oben drin Blu Team ist jetzt gewinnen ja ich werde was denn machen alter geile Waffe alter alter ich muss mich übrigens dran gewöhnen hier jetzt ja jetzt hm 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 verflucht so jetzt kann ich aber auch die Goldwaffe nehmen oh oh Granate heißt du verpist? bei mir lagts übrigens alter Blu Team ist jetzt gewinnen so wo sind sie denn? müsste eh mal sein ah hier in der Mitte ist wieder einer find nicht so der hat sich vor mir versteckt der ist irgendwie hinter mir reingerannt ja hm ich hol mir den grad wieder ach verflucht äh läuft grad nicht so nicht so ja 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 ich hab grad mal 2 umgehauen ja aber ganz ach nö ey mit Granate hat er mich erwischt geht ja gar net wo sind die alle? da ist er da ist er Es ist eben auch eben ein bisschen voll in Schuss gelaufen. Der eine ist... Wenn er da jetzt reingespaßt, da ist der. Ah, verflucht. Oben in der Mitte. Ja, ich muss schon, ich muss schon. Da ist dieser King. Also da ist King drin. Ja, Alter. Ja, ich hab grad die U-Zier. Das hört sich nur so gut. Ach, verdammt. Was sind die ja? Alter. Ist sowas, wie er mich aufholt. Ja, voll, das ist einfach so gut. Aber das ist nachgegangen. Headshot. Wir haben jetzt mit dem Headshot getroffen. Alter. Ja, hier schießt schon wieder einer rum. Ah, ich hab' geküllt. Oh, Hattie. Hab' einfach nur drauf gehalten. Ja, klar. Was willst du auch sonst machen? Boah, das brustelt mich. Boah, ich hab' jetzt gewonnen. Red Team, reverberate Games. Der Triangle ist in der Ecke. Der Triangle ist in der Ecke. Okay, der Triangle ist in der Ecke. Hinter dir, hinter dir. Alter, ach, da ist der. Ich sag' doch um die Ecke. Na, ich dachte da um die Ecke. Nichts schon hier. Ja, schon klar, ne. Ganz andere Ecke. Alter, 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 das ruckelt, das ruckelt, das ruckelt, das ruckelt, das ruckelt. Ja, sorry, ich boah, gerade diese roten Ding. Ja, immerhin habe ich 11 zu 9, und es ist nicht ganz so schlecht. Und ich hab' 1 zu 7. Okay, das ist dann. Gut, ich hab' heute Mittag schon ein bisschen mich eingespielt. Von daher. Ja, ich wär' das auch ein bisschen müde. Ah, müde, erzähl mir hier was. Ich hör' ich. Gestern hab' ich bis, bis 2 war ich wach, dann, ähm, 9 aufgestanden. Und heute mach' ich einfach eiskalt durch, weil ich, ähm, nicht so viel zu essen muss. Baby Wolf, der King ist getötet, Rival-Team ist jetzt gewinnt. Ja, ich mein' 6 Uhr fahr' ich los mit meiner Freundin, äh, in Urlaub. Okay. Und, ähm, da lohnt es jetzt praktisch nicht mehr, äh, sich hinzulegen. Wenn's im Auto? Hm. Und um, oder musst du fahren? Nee, nee. Noch hab' ich ja nicht meinen Führerschein. Ach so. Ah, es mies. Du hast den Führerschein, aber Freundin. Ja, ich hab' sicher schon vorher kein Ding lang. Das ist ja kein Problem. Wo hast du kein Ding lang? Äh, bevor ich, äh, 18 wurde. Ach so. Da konnte ich ja noch gar nicht fahren. Ach. Eigentlich ja schon, aber... Erwischt. Snick-Attack! Baby Wolf. Ja. Der King ist getötet. Rival-Team. Geht an die Ostsee. Wie ist die, dass du Let's Face machst? Ja, ja. Okay. Ja, ja. Weiß die auch. Na, die meisten, ähm, die meisten, ähm, die sagen, dass der Führer war, ne? Ja, gut, ich hab's meiner Familie auch erst mal gar nicht gesagt. Ja, also hab ich dich so. Mein, ich, ähm, die ist wieder schon, ähm, ganz, also macht schon frei und ist schon cool oder so, ähm, aber ist ja dann schon ein bisschen toll. Ich hab' zum Beispiel, ähm, meine alte Schulklasse. Ach, nö, der steht hier oben beim Eingang von denen. Kommt er grad runter. Also meine Schulklasse, da hab ich erst erzählt, als ich aus, als wir, äh, als ich mit der Zehnten fertig war, wo wir uns dann nicht mehr gesehen haben, hab ich dann, äh, über Facebook einfach Link geschickt. Und, ja, das war's dann. Guckt aber keiner, von daher ist das eh egal. Ja, aber wenn ich's meiner Familie zeigen würde, das wäre dann schon ein bisschen, ähm, peinlich, irgendwie. Also, ja, fängt schon richtig, Alter, drei, oder so. Blue Team is now winning. Ah, nö, 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 meine Eltern wollten jetzt nur, äh, das Unboxing sehen, was ich jetzt gemacht habe mit meinem neuen Mikrofon, okay. Und, ja, soll ich Ihnen den einfach mal Link schicken, dass Sie sich angucken können. Ich meine, haben Sie auch recht. So was kann man schon mal angucken. Alter, äh, der ist... Oh Gott, kann man scheißackern. Ah, der ist da oben. Ah, bei unserem Spawnpunkt praktisch. Ähm, so mal. Jetzt, ah, hab ich sauer. Boah, ich bin mir schon aus 13, 14. 19, 13. Schon was anderes. Ein Stück besser ist es schon. Ah, aber ich hab... Ah, das hat mich erwischt. Also, da gab's Ergebnisse davon, äh, irgendwie, was, 50, 20? Äh, bis... ...andere Richtung. 20, 50 oder so. Also, also, je nachdem, mit welchen Leuten du wie lange spielst. Ja, klar. Wenn ich, wenn du da teilweise so was machen. Das ist ganz schlecht. Warte, ich hab mal auf diesem... Wie heißt dieser runde Platz da? Mit dem Kraftfeld in der Mitte. Ja, kann sein. Auf jeden Fall haben wir das mit... Ah, da ist... Ach, kacke. Den haben wir mit Wölfen gespielt. Also, einmal nur Wölfe, einmal Wolf und Mensch. Und, boah, die haben mich so abgezogen. Da fanden wir... Da waren eine ganze Zeit Balken dabei. Also, dieses Silber- und Wölf-Balken. Ach, oh, Alter. Ich hab was gesehen. Zwei Sekunden gelaufen, wurde niedergematschelt und... Was? Ja, passt die Markus hoch, irgendwie. Der steht oben. Alter! Ja, so schnell konnte ich mir herren. Verflucht. Verflucht. Eine Minute left. So, ich werf da jetzt einfach eine Granate rein. Wenn ich... Wann sehen, ob ich den so kriege. Wenn ich jetzt so rumschreien durfte, wie ich wollte, dann... Alter, was? Ich will es die ganze Zeit halten. Ah, der ist hinter mir. Der kommt da rein. Der kommt rein. Alter. Alter, was ist denn das für Einer? Ich wiese sie sogar schon an. Keine Ahnung, wie der das hinkriegt. Oh, verflucht. Ah, ich hab mir erwischt mit der Granate. Der King ist kaputt. Oh, so scheiße. 25 Sekunden left. Ja, das ist eben so, wenn du da einen richtig guten Spieler hast. Das hat mir noch ein bisschen Glück gehabt. Blue Team ist jetzt gewinnt. Ach, du warst das. Okay. Ja, ich hab jetzt 23, 20, weil der eben King ist. 10 Sekunden left. Das ist besser. Ah, ich hab mich doch nochmal umgelegt. Oh, super. Der King ist kaputt. Ich will es nicht. Wir verlieren. Äh, ich losgehe jetzt. Oh, Gott. Dudid immer. Ich hör auf肩 geographisch. cruel. Wo Kurios. uerdo.